Nummer 5 Dieses Set enthält vier verschiedenfarbige Schönheitsschwämme in einer Aufbewahrungsbox. Die Make-up Schwämme sind porentief gleichmäßig, sanft und weich, verbessern die Deckkraft der Foundation und machen sie natürlich glatt. Sie sind leicht zu benutzen und zu reinigen. Make-up Schwämme können für Concealer, Foundation, BB-Creme oder direkt für Lidschatten, Rouge, Puder und andere Kosmetika verwendet werden. Geschenkidee für jeden Anlass. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 4 Dieses Set enthält sechs Make-up Schwämme aus latexfreiem Schaumstoff, um Bakterien zu bekämpfen. Geeignet für Menschen mit empfindlicher Haut. Hergestellt aus dichtem Gummi, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Form macht die Anwendung kinderleicht und ermöglicht den Zugang zu schwer zugänglichen Stellen. Die Schwämme sind perfekt für Concealer, Foundation, Puder, Creme oder jedes andere Make-up. Kann nass oder trocken verwendet werden. Ideal für ein perfektes Make-up. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3 Das Set enthält achtfarbige Schwämme und einen Pinsel für ein perfektes Make-up. Die Schwämme sind nicht aus Latex, sondern aus pflanzlichem Material hergestellt, um Allergien zu vermeiden. Sie haben verschiedene Formen für eine bessere Anwendung von Kosmetika. Ein perfektes Geschenk für jede Gelegenheit. Wir empfehlen, die Schwämme zum Auftragen von flüssig Make-up anzufeuchten und sie für Puderprodukte trocken zu lassen. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Set mit sieben Make-up Schwämmen Die Schwämme gibt es in verschiedenen Formen und sind aus sicherem Material hergestellt. Sie sind weich und bequem und bestehen aus latexfreiem, hydrophilem Schwamm. Die Kosmetik-Schwämme können je nach Make-up-Bedürfnis nass oder trocken verwendet werden. Ideal zum Auftragen von Concealer, Creme und Foundation. Wir empfehlen, die Schwämme nach jedem Gebrauch mit Seife oder lauwarmem Wasser zu reinigen. Sie trocknen natürlich. Das Paket enthält einen Kunststoffbehälter. Originelle Geschenk-Idee Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Dieses Set enthält elf bunte Make-up Schwämme in verschiedenen Formen. Hergestellt aus hydrophilem, weichem und komfortablem Schwamm. Geheignet für alle Hauttypen. Die Make-up Schwämme können im trockenen Zustand direkt für Puderkosmetik und im feuchten Zustand für flüssige Kosmetik verwendet werden. Die Porengröße ist einheitlich. Die verschiedenen Formen helfen, jede Gesichtspartie für ein perfektes Make-up zu pflegen. Ein Kunststoffbehälter zur Aufbewahrung der Schwämme ist in der Verpackung enthalten. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.